Was ist da eigentlich unten in dieser? Ja, warte mal. Warte mal, was ist das? Hä? Kann nicht sein, oder? Komm, das hat mich hier gar nicht gesehen, Mann. Hä? Was ist denn das? Digga, die einfache Bike im Schnee eingegraben. Nee, oder? Digga! Oh mein Gott! Warte, warte, ich helf dir! Jawoll! Krass! Oh, siehst du mal an! Da hab ich auch Glück gehabt! Hör weg hier! Ja!